hallo und herzlich willkommen hier auf bluframe video ja wenn es nicht bald regnet vertrocknet alles jetzt habe ich mal einen kleinen slot erwischt wo es nicht regnet deswegen gibt es den bericht die folge ist übrigens voll aber darum geht es nicht worum geht es denn hinter mir ist der edeka laden hier im hagener süden in dal da gibt es neuigkeiten gute neuigkeiten und zwar geht es jetzt weiter es hat allerdings firma netto abgesagt die werden also nicht hier reinkommen aber im gegensatz dazu kommt gott sei dank die wohlwürste rein unsere eltern haben ja gesagt the wall ward ist wie bekannt ein amerikanisches unternehmen und die sind immer sehr schnell das ist gut an der ganzen sache heute ist der erste vierte 2023 und am ersten fünften 2023 ist hier eröffnungsfeier dann kommt die wohlwort hier rein und man kann da was kann man da kaufen anzieh sachen becher töpfe brat fangen süßigkeiten für kinder tolle klamotten wirklich sehr sehr schöne sachen und deswegen dürft ihr euch alle freuen hier in vier wochen geht es hier weiter und dann sehen wir uns hier auf jeden fall bei der öffnungsfeier wieder hier auf bluframe video macht's gut aber ja da